So, da sind wir wieder bei, ähm, ich glaube im Spiel mit Zombies und es ist mitten in der Nacht und Manuel hat es nicht geschafft, den Server jetzt so zu osten, dass er keine Fehler mehr er bekommt, aber mein Gott, er ist halt ein Loop. Ey, ich hab's einmal probiert und ist jetzt auch nicht so richtig, du, du, ja, direkt, nein, du, du musst einfach nicht, du, du kannst einfach nicht übertreiben jetzt mit dem Loop. Und wir haben, äh, voll die fette Info bekommen, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Boah, das ist natürlich crazy und es gibt sogar, es gibt sogar rotes Licht ab, ja, nicht wie diese Dinger, die da unten dranhängen, die irgendwie, was weiß ich, weißes Licht abgeben als Fackel. Aber hält er denn, hält er denn ewig? Ja, stimmt. Äh, ja, klar. Sieht doch viel geiler aus jetzt schon. So, äh, jemand ist da gerade tierisch zusammengestürzt. Wo? Nur was? Kann ich da reinlaufen? Ja. Alter! Was denn? Ja, ein paar Gegner, ne? Ach so, ja. Oh, sie wollen... Die wollen alle zu mir. Lass das Haus in Ruhe! Boah! Holy shit! Sind da viele! Ich hätte jetzt gerne eine Granate. Ja! Oder, oder ein Fass, einfach runterwerfen. Wie geht denn die Steuerung? Okay, so schauen wir nicht. Auf I kann man die Steuerung eigentlich umstellen? Wie geht das Spiel nochmal? Wann haben wir denn das letzte Mal gespielt, frage ich mich gerade. Ach, guck mal, unser Untergeschoss ist ja sogar sicher. Ist es? Ja. Das hatten wir sicher gemacht. Ach so, ja, ja, klar. Wir haben, äh, alles zerbarrikadiert. Ja. Und ich wollte eigentlich geschaut haben, das mache ich jetzt einfach dann bis zur nächsten Folge, ähm, welche Materialien denn am haltbarsten sind, habe ich aber noch nicht gemacht. Und Manu hat jetzt gerade so gedrängt, um aufnehmen. Schon wieder. Genau! Dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Also alles Manus Schuld. Ich werde mal Skype-Verläufe reinpacken. Da steht dann nur 30 Mal hintereinander, hast du Lust, da ins Rohr zu spielen? Hast du jetzt Lust? Hast du jetzt Lust? Geht ja nicht um Lust, sondern eher, ob ich jetzt gerade noch was anderes gemacht habe. Genau. Jetzt meint er wieder, er hätte was anderes zu tun, außer mit mir zu zocken. Alter, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich bin jetzt voll raus, weil wir so lange nicht mehr gespielt haben. Ja, hallo? Zombie-Apokalypse? Zombies töten? Learn to play? Okay. Sterbt. Einfach töten. Hä? Es ist so hell und es klingt zufriedlich. Sie sind gestorben. Ja, jetzt musst du diese eine typische Musik einblenden, diese... Den Namen vergessen. Das ist nicht das Haus mit dem Dachboden. Ah, doch, das ist das Haus mit dem Dachboden. Ah ne, wir wollten ja rüberbauen, ne? Genau. Wir wollten rüberbauen. Ein paar Nächte noch und das Haus hier ist weg. Ist es unsers? Nein, schau mal in das Haus mit dem Superdach. Äh, ich frag mich gerade, wie bist du überhaupt runtergekommen? Bist du runtergejumpt? Ja. Lol. Zombie, ich springe einfach vom Haus. Was ab? Selber Gedanke. Ich hab ihn schon lange nicht mehr gebracht, ey. Zombie, aber siebst, das ist doch keine Lösung. Ja, schau mal ins Haus rein. In. Du meinst, du meinst das hier, ne? Ja. Oh. Ja, ja. Ey, guck mal, da hinten ist, glaube ich, noch ein Zombie. Alter. Das wird früher... Wir lassen... Wir reparieren das mal nicht. Wenn es einstürzt, stürzt einfach ein. Ja. Happy End. Finde ich auch interessant zu sehen. Empty Mailbox. Da ist Metall drin. Oh nein, ich glaube, die Fehlermeldungen kommen gleich wieder. Äh, sammel du... Ne, du wolltest doch da mit dem Holz verstärken. Warum machst du das denn nicht? Was wollt ihr mit Holz verstärken? Ja, guck doch mal, du hast doch die halbe Brücke schon gemacht. Ja, aber ich wollte es ja aus anderem Material bauen. Ach so, du wolltest gucken dann, welches haltbarer ist. Ja, toll. Ja. Hast aber nie getan. Bin halt ein Noob, ne? Ja. Kannst dann gleich einfach machen, wenn nachts ist und ich mein Part dann begonnen habe. Genau. Wir können jetzt einfach mal zusammen ein paar Dinger suchen. Ein paar Ressourcen. Haben die eine komplette Säule eingerissen? Ja. Näh. Doch, ich glaube, da fehlt eine komplett. Eine ist doch eingestürzt. Hast du doch kaputt gemacht, glaube ich, oder nicht? Jemand war da. Okay. Oh, diese Biene hat eine Dosen, ey. Ich würde aber auch gerne dann nochmal, also wenn wir jetzt das nächste Haus sozusagen abgegradet haben zu unserem Haus, dass wir dann uns auf den Weg machen und nochmal die ganze Karte erkunden. Die gesamte? Ja, nicht die gesamte, aber so ein bisschen rumgucken. Oh, da ist ein Zug, Leute. Ja, ist mir gerade mal eingefallen. Wir gammeln hier nur rum und wollen überleben. Wie egoistisch sind wir denn? Die arme Landschaft wird gar nicht mehr begutachtet. Echt, ey? Schande über uns. Ja, fühlt sich bestimmt schon voll ausgeschlossen. Okay, da habe ich schnell etwas kaputt gemacht. Ich habe ganz viel Durst, sehe ich gerade. Oh, ja. So ist das geil. Schlürf das. Und dann kommt das Dup-Sip-Intro. Nein. Kein Dup-Sip-Intro für dich. Tut mir leid. Oh. Oh. Oh, habe ich denn nichts zu trinken dabei? Oh, ein Wasser. Gibt es hier keine Cola mehr? Warum hatten die Fabrik zu? Verstehe ich nicht. So. Können wir da keine Zombie-Arbeiter einstellen? Schande über Cola. Ja. Finde ich nicht gut von Coca-Cola. Bei Fallout haben sie ja wenigstens dran gedacht. Was, die Firma zu retten? Die Cola zu retten. Ja. Da arbeiten noch Roboter. So. Da kann sogar ein Roboter einem eine Führung geben, ja? Dort gibt es. Ja. Manu, der hat die Welt kennen. Heute Fallout. Ja, Fallout war auch wieder so ein komisches Spiel. Ey, Fallout 3 zum Beispiel. Also, 2 habe ich da mehr gezockt. 3. Ich gehe raus. Alles Atomversorgung und, und, weiß ich nicht. Dann war ich nicht mehr drin. Ja. Das ist ja selbe wie mit Skyrim. Hast du ja auch jetzt einmal... Draußen. Was? Du brauchst halt jemanden, der dich an die Hand nimmt und führt. Na, na, hä? Ich weiß es doch wohl an. Ne, darum geht es ja nicht. Ja, aber es ist ja Open World. Ich war doch kein Führer. Ja, ne, Open World. Ne, mag ich ja eigentlich. Spiele ich ja normalerweise. Ach ja, nenn mir ein Spiel. Gothic? Ist das Open World? Okay. Ja, erzähl. Wie heißt das? Das, was ich net Spade hatte, ähm... Pokémon? Just Cause. Ja, genau. Pokémon auch. Just Cause ist doch auch Open World. Oder GTA ist doch Open World. Das ist alles Open World. Okay, ausnahmsweise. Hast du dich nochmal ausgeredet. Ist doch, glaube ich, auch Open World. Nur halt voll übertrieben. War schon ein bisschen länger her. Dass ich gespielt habe. Ne. Ich muss aber nochmal einen Stützbalken mehr bauen. Wie fett die Brücke aussieht. Ab wann zählt denn irgendwas? Nicht als Open World. Also sowas wie, wie, äh... Die ganzen MMOs sind doch auch Open World. Oder nicht? Ich versuche gerade nur, da einen Turm hochzubauen. Ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Sein Gehirn ist belegt. Er muss Turm bauen. Turm bauen. Mhm. Zombie Turm bauen. Ich war gerade Mülleimer kaputt. Okay. Ich setze Holz random in die Landschaft, wie es scheint. Weil ich zu doof bin, eine Brücke zu bauen. Okay. So, das verbinden wir alles nochmal ein bisschen. Wer flüstert mir denn die ganze Zeit zu? Ich höre hier immer Stimmen. Ich höre niemanden flüstern. Ich höre nur deine... Deine Stimme. Oh. Deine Lieblöcher. Meine Lieblöcher. Komm in meine Arme. Ich höre nur immer deine Lieblöcher. Ich höre nur deine Lieblöcher. Nicht deine Stimme, sondern nur deine Lieblöcher. So. Ja, aber stell dir einfach dabei vor, wie Gema Lesmier mit dir spricht. Der aus Saints Row. Oh. Dieser wunderhübsche Mensch. Ja, da werde ich gleich ganz rattig. Oh ja. Ich werfe mal Bücher weg. Soweit braucht die Welt nicht mehr. Echt ey. So. Ja, jetzt ausrüsten. Bestimmt bestehen die Kommentare jetzt schon unter den Videos daraus, wie langweilig wir sind, weil wir ihn nicht erkunden. Hä? Ich habe gerade hier voll den, 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 äh, den Vorschlag gemacht, was wir dann demnächst tun können. Ja, aber haben wir ja bis jetzt noch nicht gemacht. Bis zu dem Part. Ich meine, bis zu dem Part beschwert die sich. Soll, achso, soll, du wickst doch mal die Fresse. Was los? Hä? Was los? Äh, aber, äh, wie schon erwähnt, das ist mir jetzt gerade jetzt irgendwie bewusst geworden, dass wir eigentlich, ja, okay, ist ja eigentlich auch normal, ne? Da kann sich gar keiner beschweren. Dass man erstmal guckt, äh, was man überlebt. Was bei dem Spiel ja noch nicht allzu schwer ist. Doch, ich bin schon 16 Mal gestorben. Wer ist hier in Part 1, 3 Mal gestorben? Ja, WTF eher und vorher nie. Ja, doch, Tag 5 einmal. Äh, ach genau, ich habe noch einen Kommentar von dir gelesen. Wo ich selber überrascht war, weil ich das gar nicht wusste. Da hatte ich keine Ahnung von. Das Spiel kostet irgendwie 35 Euronen. Und du meintest, irgendwie das sei wie bei Minecraft, dass das, äh, jetzt gerade teurer ist. Bei Minecraft war es aber andersherum. Nein, wieso andersherum? Bei Minecraft. In der Alpha war es teuer und wurde dann, ah ne, gar nicht wahr, stimmt. Ah ja, genau, war echt andersherum. Hast du recht? Ja. Also die Alpha von dem Spiel ist gerade sehr teuer und wird dann später lustiger, meint der Zombie. Ja, ja, klar. Ich habe es ja gekauft selber für 12 Euro. Ach so, per Kickstarter. Ne, vor dem Kickstarter. Ab dem Kickstarter wurden es ja die 35 Euro. Ach so, ab dann wurde es, okay. Ja. Weil sie dann meinten, ja, mach mal Geld mit dem Spiel. Davor wollten sie keins. Ja, davor war es gratis. Weg mit dir! Ich schaffe es gerade nicht, Gras wegzuschlagen. Na gut. Das kann schon mal schwer sein, ne? Ja, und die Blöcke wollen sich auch nicht anpassen an die Planken, die ich dran setze. What the fuck? Was ist falsch mit diesem Holz? Was ist das Holz? Holz des Teufels. Alter, ist nie passiert. Wird mir jemand explodieren lassen? Bestimmt. Eigentlich nicht. Warum ist da da ein Loch? Riesenbrot. Was ist das? Ich weiß nicht. Boah, ich bin, ich bin gerade bei so vielen Spielen gespielt. In welche Richtung die sich noch entwickeln? Cube World. Seven Days to Die. Da war noch irgendein Spiel. Ich weiß nur gerade nicht, welches. Was war noch im Alpha-Status? Ich weiß noch, dass es mich beim Mercenary Kings interessiert, aber das kennst du ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, nicht wirklich. Ne, das meine ich auch nicht. What? Ah, fuck! Da gab es doch noch ein Spiel. Irgend so ein komisches. Das ist doch gerade nicht, welches Genre oder so. Ich werde irgendwie verdrängt. Hallo? Ich darf Holz nicht aufheben. Der Server sagt nein. Warum? So. Ich habe jetzt einiges an Metall wieder zusammengefahren. Also, wenn du gleich mal guckst, was das heftigste ist, dann... Dann wirst du der Pimpel im Kettung. Hammer auf jeden Fall schmarrt. Okay. Ja. Dann habe ich das ganze Zeug. Aha, ich schieße mit meiner Schrotflinte auf Holz. Jetzt fühle ich mich männlich. Boah, das ist so gefährlich. Ja. Ja. Was ist denn, wenn man Autos zerschlägt? Aha, dann kriege ich die gerade. Ich hoffe mal nicht, dass sie dann explodieren. Wenn du drauf haust, dann explodieren sie irgendwann. Oh. Okay. Klingt ja schon mal nicht so nett. Oh, fuck. Wo stand denn nochmal, wie viele man getötet hat? Hey, schau mal die Brücke an. Dreh dich mal nach links. Welche F-Taste war das für die Stats? F2. Und auf F5 war es, das passt, ne? Ja. Ah. Ah. Hat sich wieder... Es resettet. Ja, klar. Hätte ich dir auch sagen können. Ich hatte Hoffnung. Hä, ja toll. Wie kommen wir da jetzt hin? Wo? Was ist los mit dir? Ja, allgemein. Hier durch unser Haus. Achso, hier. Achso. Aber ich glaube, das ist dann wieder so, dass die, äh, das alles... Dass sie sich voll darauf konzentrieren, die Zombies. Nein. Zerstör nicht meine Träume. Ha. Tut mir leid. Das ist meine wunderschöne Brücke, für die habe ich hart gearbeitet. Und die Zombies werden nie auf die Idee kommen, die hier anzugreifen. Weil sie so die Brücke sehen, die sehen die Brücke und denken sich, boah, der hat da bestimmt voll hart dran gearbeitet. Genau. Dings, ich bin schon noch bei einem kleinen Kind so, hm. Sieht ja lecker aus, aber es ist ein kleines Kind, das ist immer in Ruhe. Jetzt hast du es, ja. So. Oh, ich verhungere gleich. Okay, dann solltest du was essen. Ne, kein Hunger, kein Bock. Okay, dann stirb. Äh, what the fuck. Ich höre Zombies. Die gibt's hier. Oh, Tote. Hä? Lull. Kann ich mit ihm... Ja echt, was machen die denn? Dann machen die da eine Party im Keller. Äh. Was ist los mit euch? Voll laut. Im Nachbarshaus. Nein, ich komme da nicht ran. Fuck it. Oh ja, die probieren echt da irgendwie reinzukommen. Da habe ich es geschafft. Cool. Achso, hier bin ich auch näher dran. Okay. Ey, kann man bitte eine Petition machen für individuellere Zombies. Allgemein in Videospielen. Das ist so schrecklich. Immer wieder dieselben Zombies zu sehen. Da waren gerade zwei Gleichaussehende nebeneinander. Oder waren da Zwillinge? Oh Gott, eine Säule stürzt gleich ein. Ich kann nichts machen. Noch? Das makes me so sad. Warte, ich komme zu dir. Ich hilfe dir. Geistig. Ich tue um den Block herum einfach jetzt nochmal Bretter rum. Fixt. So. Hä, warum wollte die Säule denn einstürzen? Die ist doch neu. Ja, nee, weil die Bretter außen beschädigt sind. Die dranhängen, meine ich. Okay. Oh, ich verhungere. Nein! Dann geh rein. Äh. Wir haben keinen Eingang zu unserem Haus, aber ich kann die ersten rauswerfen. Ah, Can of Tuna. Ah, du hast Essen dabei. Ja, ein Essen. Ah ja, lecker. So ist geil. Ich esse auch mal. So. Wie, wir haben keinen Eingang. Hä? Du hast mir aber alles zugebaut. Du meinst. Du hast alles zugebaut. Nein, du hast doch die. Nee, wir hatten doch eine Leiter. Wir hatten eben nur eine Leiter. Außerhalb. Weißt du noch? Außerhalb? So nach ganz oben? Ich weiß es nicht. Das ist schon wieder so lange her. Bestimmt ein Jahr. Ach, ein Jahr. Nee. Ja. Zwei. Warte. Hä? Die haben uns doch nicht ausgesperrt, oder doch? Sind wir ein Fischmox? Ja, warte. War ja schon ein Notfallleiter. Ich verhungere gleich wieder. Oh mein Gott. Ja, hä? Sag halt. Hier, komm her. Eins, zwei, drei. Oh ja, geil. Fütter mich. Oh yeah. So, 40 Leitern. 40? Hui. Und ja, nur Holz. Achso. Ja, lass mich ruhig. Ach, reicht ja. Okay. Ich lebe. So, und jetzt hier nochmal. David, du siehst aber ziemlich geil aus. Danke. Warst du wieder bei Meckes trainieren? Haha. So. Ah. Ey, guck, jetzt kommen wir in unser Haus. Oh ja. Hurra, wir haben einen Eingang in unser Haus. Hahaha. In Part 10. Ich möchte nochmal Leitern drunter kleben. Einfach weil ich hoffe, dass da irgendwo ein Bug in diesem Spiel besteht. Oh ja, aber nicht in dem Winkel. So, wer von da weg? Laboration. Ah, ich hab sogar noch was dabei. Fuck. Leiter? Ah, da. Oh, ich hab... Äh, hast du einen Timer, by the way? Ja, ist schon lange vorbei. Lange. Lange. Dann... Dann seht ihr... ...de Bridge... ...wird eventuell... Im nächsten Part. ...lend ist fertig. De Bridge... Achso. ...ist jetzt gebaut worden. Und jetzt ist gleich Nacht und dann ist sie wieder kaputt. Bis zum nächsten Mal. Hahaha. Hahaha. Hahaha.